Das ist Roland. Roland arbeitet in einem Großraumbüro und telefoniert gerne und laut. Seine Kollegin Mia hört alles mit und kann sich nicht konzentrieren. Sie ist von Roland genervt. Da hat Roland eine Idee. Bei Steinmetz-Einrichtungen findet er eine coole und innovative Telefonzelle fürs Büro. Die Telefonzelle überzeugt Roland durch viele Vorteile. Roland ist begeistert. Nach ausführlicher Beratung bestellt Roland die Telefonbox. Roland kann die Telefonbox sofort nutzen. Alles, was er dazu braucht, ist eine normale Steckdose. In der neuen Telefonzelle kann Roland ungestört und diskret telefonieren. Willst du ungestört und diskret telefonieren, so wie Roland? Ruf uns an! Oder informiere dich online unter. Wir freuen uns auf dich!